Das Problem ist wirklich, die da haben nicht viel Markierresistenz. So, jetzt haben wir eine Fontäne. Deswegen höre ich es aus Plätschern. Ich frage mich immer, ob das ernst für meinen Paladin ist. Mutige, reine Herzen, aber fliehen vor allem. Die Embassy kostet leider 3000, also müssen wir da noch ein bisschen warten. Ungefähr bis jetzt. Ich habe langsam die Nase voll, dass du weg rennst. Aber echt. Ich weiß nicht. 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 so macht das bürger weg so eine von der sorte so jetzt muss noch das viel zack und ein bisschen dezimiert werden können wir hier in den außenposten und trading post errichten ungefähr wie weit können wir wir können hier trading post errichten okay das finde ich schon mal gut so und als nächstes hier ein außenposten und den trading post danach hier irgendwo hin hier hin so das sollte uns geld bringen und der outpost gibt uns steuereintreiber und wir brauchen einen agrella tempel ach komm ernsthaft so jetzt geht überall das gewusel los so das sind jetzt zwei neue steuereintreiber und nur zwei das aber nicht so schlimm ist schlimm ist ja das hier oben ich wollte nicht eigentlich darum bitten zu sterben ich habe sogar zwei palace guards ja jetzt geht mir langsam wieder das geld aus ihr sagt auch nur ein was 200 ist da kann ich mich gleich um das nächste bürger kümmern da kann ich mich gleich um das nächste bürger kümmern und der ding gilt mit denen noch platz ist da bilde ich die helden selber aus wow zwei mönche mal theoretisch könnte ich noch ein wo ist sie denn die müssen ja nicht ganz unten sein eine warrior-gilde bauen um für einen zweiten paladin und eine zweite magier gilde für noch einen zweiten magier und eine zweite magier gilde für noch einen zweiten magier so das ist dann der erste hero hier sag mal sag mal produzierte die embassy jetzt nur noch mönche und locken wir mal ein paar mehr helden an das war es diesmal oh nissalary das ist besser wettet das teil übrigens mal ab ja zu wissen wo die bürger sind ist eine sache wettet das war es diesmal so zweites bürger ist weg das war die gorgonenwelle die ist halt nervig so dass ich es mir leisten kann gerade gebe ich auf die beiden barrows mal 2000 werde ich hoffe dass meine embassy mir weiter helden produziert so die ist weg die blöde gorgonen so das lockt helden an wo wärme so und so sehr cool noch sieben tage und es sind noch vier bürger dadurch dass wir aber wissen wo alle bürger sind macht es das etwas einfacher das war mein sauteurer magierturm so das reicht mir jetzt langsam weg mit dir das könnte da nachher gleich lustig werden weil das dürfte die minotaurin von der rive at the embassy my leave und